So. Weiter geht's auch schon. Ne, geht's nicht. Oder doch? Oder wie? Oder was? So. So geht das. So, so, so. So geht das. So, jetzt geht's weiter. Hier haben wir auch schon eine neue dämonische Balliste. Wir werden hier auch schon attackiert, aber die ist schneller zerstört, als die denken würden. Pam, pam, weg sei das. So. Noch ein erheblicher Trank. Ja, das meine ich. Dieser grüne Kreis da, der, okay, der ist jetzt auch schon vorbei. Er hat jetzt auch nicht mehr so viel Damage gemacht. Aber vorher war das schon wirklich der Todbringer für uns. Das geht noch nicht. Drei Champions. Aber die Helden halten dem unentbeerbaren Zorn des Erdbebens auch nicht an. So sammeln wir jetzt mal die, äh, zaubert die seltenen Gegenstände ein. So. Kurz auf die Karte schauen, da oben haben wir ja nicht alles erforscht. Ist mir grad so aufgefallen. Hier müssen wir ja noch reingehen. Vielleicht ist hier ja noch etwas. Ja, nämlich eine... warum ihr der Prophezeite seid. Ihr schreckt nicht einmal vor der geballten Macht der Hölle zurück. Ne, warum auch? Ich meine, wir sind, wir sind Ultra-Barbaren. Wir haben Fetzen mit... Warum sollten wir vor denen zurückschreiten? Die, das sind kleine Lakaien, die uns, diesem mächtigen Barbaren, nicht wirklich, ähm, was entgegenzusetzen haben, wenn ich's mal so formulieren darf. Auf. So. Zerstören wir das hier auch noch. Und das ist auch wieder schneller weg als erwartet. Oh oh, schnell aus diesem Gemetzelkreis raus. Hier geht echt die Post ab. Richtig viele Monster hier, die hier... So, weg mit euch. Oh oh oh. Aber, egal wie, das sind zwar hier extrem viele Monster, aber die machen uns trotzdem, egal wie viel Post hier abgeht, kaum Schaden. Ich bin geil. Da, da steigt nicht mal Adrenalin an. Gar nichts, weil die machen einfach keinen Schaden. Das ist echt... Ich kann mich hier hinstellen. Und da seht ihr, wie langsam das runter geht. Also, oh ja, okay, jetzt ja schon bei diesem... Dieser grüne Kreis, der macht schon etwas mehr Damage. Aber sonst... brauchen wir eigentlich nicht wirklich etwas zu fürchten großartig. Aber... Ich will mich jetzt auch endlich mal Asmodan stellen und dann Asmodan sagen, ja... Das war's dann auch mit dir. Aber nja. Und was mich auch blendend interessiert, ist, was... Wie die Story weitergeht. Was uns genau erwarten wird und so. Hochinteressant. So, weg mit euch. Hier ist noch was. So, die Höhlen des Frosts. Gut, die treten wir ein in die Höhlen des Frosts. Ah, hier spürt man schon direkt, wie es kälter und eisiger wird, diese Frost. Ah. Seht ihr den Feind dort drüben? Kommt, befreien wir das Land von ihm. Ja, sind ja nur lächerliche Champions. Jetzt wirklich Moment mehr als lächerlich schwach sind. Das geht noch nicht. So. Also echt, null Problem. Oh, der hat zwar als Fähigkeit Blocker, aber... Das bringt ihn jetzt in dem Fall auch nix. So, was hat er... Oh, da ist ja ein... Wie stark ist das denn? Ah, das ist in die... Ah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Hier ein bisschen Gold. Ich glaube, in dieser Höhle waren wir dann auch schon in der letzten Folge quasi. Weil dann machen wir die jetzt ja quasi dann nochmal. Aber schadet ihr auch nicht. Kriegen wir hier ja schöne Erfahrungspunkte. Und schadet dann ja auch nicht. Erfahrungspunkte können wir auch nicht haben. So, schöne Truhe. Na, erstmal hier weg. Oh, oh. Also, was auch viel Damage machen, sind diese Explosionsbomben. Die machen im Vergleich auch recht viel Damage. Zwar jetzt nicht so sehr, dass es uns extrem gefährlich werden könnte. Aber trotzdem immerhin mehr als so die normalen Standardgegner hier, die hier auch hier so rumlaufen. Ja. So. Aber hier haben wir jetzt alles geklärt. Auch alles... Oh, da kommen schon wieder welche, die in Hand gehen und hören. Oh, ne, Elitegegner. Der kriegt jetzt direkt mal hier Erdbeben. Weg ist er auch schon. Also, das ist echt... So, im Moment fühle ich mich wieder wie ein Akt 1, muss ich ehrlich sagen. Also, nicht genau wie ein Akt 1, aber... bei der Stärke der Gegner schon. Oh, drei große Champions. Und wir haben gerade das schöne Erdbeben vertraut. Aber hier seistliches Schmettern und verschiedene andere Skills erledigen es ja auch. So, wir schießen uns weiter, aber... Ja, weg sind sie schon. Gut. Da ist noch eine Drohne. Wie viele Drohnen sind hier denn? Das ist aber eine reichaltige Höhle. Ähm... Was auch... Was man dazu sagen muss, ist ja auch eben, alles ist nur Crap. Also... So, alles aufheben. Eisiger... Was war das? Ach, da. Ich brauche mehr Zeit. Ja. Tut mir leid, habe ich nicht gedacht. So, du haust uns hier nicht ab. So, weg bist du. Noch nicht bereit. Jetzt kommen sie auch noch aus dem Boden. Da kommen wir zu Ebene 2. Und ich würde sagen, die gehen wir jetzt auch direkt rein. Weil ich meine, wir waren hier ja schon in der letzten Folge. Da müssen wir die Zeit jetzt nicht damit verplempern, hier ewig in Ebene 1 noch rumzusuchen. nach Crap, den wir im Endeffekt dann eigentlich sowieso nicht brauchen. So. So, hier alles will ich jetzt aber nicht aufheben. Diesen Crap da. Ich meine, der hat noch nicht mal Fähigkeiten. Wenn man verkaufen, lohnt sich's dann auch nicht. Da kriegt man ja kaum Geld und so. Oh, ein Schatz-Dämon. Ein Schatz-Super. Geblieben. Ihr geblieben. Ihr geblieben. Ah, das bleibt ihr auch nicht. Oh. Böse, 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 bevor der End kommt. Da ist er doch. Nein. Bleib-Stebrock-Stebrock. Jetzt, 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 oh. Oh, geschafft. Ein Machtvoller Gegner ist gefallen So, so Wir haben jetzt also auch schon wieder viel, was wir Ich bin sie gewöhnt So, wir haben jetzt hier noch viel, was wir Verkaufen können Ah ja, stimmt, da war es ja vorbei Gut, da sind wir jetzt schon am Ende des Dungeons Angelangt Kleiner, zwei Ebenen Dungeon Also kleiner, die Dungeons, die Neben Dungeons Sind ja immer zwei Ebenen Pumps Alles weg Oh, hier geht es noch weiter, aber Da ist doch noch nicht das Ende Noch ein paar Gegner So So, Dalle Ah, hier sind ja auch Oh, noch mal ein Gegner So, hier ist der Ausgang Können wir zu den Feldern des Gemetzels beamen Aber vorher noch mal nach Hause Will ich zumindest sagen Um das ganze Gedönse hier noch mal zu kaufen Was wir so an seltenen Gegenständen eingesammelt haben Können wir jetzt direkt mal hier hingehen So, hier zum Händler Zu Was erzählt der uns denn? Ist vielleicht nicht besonders glorreich Aber diese Männer können nicht mit leerem Magen in den Kampf ziehen Wohl wahr, wohl wahr Erstmal den Das oder der Crap Keine Ahnung Verkaufen Das Gedönse hier Was ist da dann? Äh Jo, bringt mehr Leben Aber eins weniger Schutz Aber ich denke mal Das ziehen wir dann mal an Diese einen Schutz Ne, die Leben Die sind mir da schon lieber Gut, verkaufen Was ist das hier? Alles schwächer Schwächer Hm Ah, komm, egal Hätten wir zwei Sockel gehabt Und noch stärker Aber Ah, das heißt Warum habe ich das verkauft? Aber ich kann es wieder zurückkaufen Oder? Ach nee Das lasse ich jetzt auch einfach mal so Man muss Oh Oho 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 Das ziehen wir Moment mal Das hat Die beiden zusammenhabend Hm Acht uns Ja, das ist natürlich Logischerweise besser Oh, jetzt habe ich das mit den Moment mal Moment mal Das kaufe ich dann aber mal zurück Wo war es denn? Ja, die Sockel sind jetzt leer Oder was? Nein, hier So Die Sockel muss ich da vorher wegtun So Alles verkaufen Dann mal zu dem Dieben Habgierigen Shen Nee Zum Hauptgierigen Shen So Herstellen Nee Wir wollen was trennen Und zwar hier So Jetzt könnten wir aber trotzdem Vielleicht mal ein paar Edelstände herstellen Was haben wir denn? Wir haben mittlerweile ja auch schon eine Menge Quasi produziert An neuen Edelsteinen Und ja, wir können ein bisschen was Neues machen Amethyst Fehlerhaften Rubin Daraus resultiert einen neuen Rubin Einen makellosen Amethyst Auch ein Topaz ist für uns da Und sogar ein fehlerhafter Topaz Und noch ein makelloser Topaz Huhuhuhu Was uns hier alles An neuen Möglichkeiten eröffnet wird So So lala Was bringt das Ja gut, tun wir dat mal do rein Und sonst können wir das nirgends rein Gut, dann haben wir jetzt nochmal weiter ein bisschen Schaden Ist zwar eigentlich nicht der Rede wert Diese Anzahl an Schaden, die wir dazu bekommen haben Aber was solls Gut, das letzte Rüstungsteil können wir dann auch mal endgültig verkaufen Bei Gorel hier So, bitteschön Und was ich jetzt auch mal gerne machen würde Ist mal wieder meine ganze Rüstung in Weiß färben Weil ich finde, das sieht einfach richtig In Neudeutsch gesagt richtig stylisch aus Ein Färbmittel haben wir ja schon Aber da müssen wir mal zu dem Händler hier gehen Ich glaube, der hat aber die Färbmittel Nee, der hat's nicht Vielleicht jetzt einer der anderen Nee Wenn einige meiner Waren von toten Soldaten stammen Der Nee, der auch nicht Ich guck nochmal genau beim ersten Weil ich finde das immer so schön Wenn man die ganze Rüstung in Weiß machen kann Aber der hat Der hat, glaube ich Der habe im Färbmittel Nee, der hat's wirklich nicht Da können wir uns mal angucken Können wir aber wenigstens diese Platten da gelb So Aber wenigstens das hier schon mal Das ist wenigstens schon mal ein Teil der Arbeit getan Ich fürchte nicht um mich selbst Keine Mutter will ihre Kinder sterben sehen Schon gar nicht an einem Ort wie diesem Haben wir im Abgegenständen schon alles mal geredet Oh, er hat was Neues Das ist aber ein strenger Gesichtsausdruck Ihr könnt genauso gut sagen, was ihr denkt Der Gott Vulcathos wandelte unter meinem Volk Und verteidigte den heiligen Berg vor unseren Feinden Wenn ihr ein Gott seid So solltet ihr seinem Beispiel folgen Wer sagt, dass ich das nicht tue? Ich jage nach einem Juwel, das die Welt verschlingen würde, wenn es könnte Das würdet ihr wohl auch Ich habe gesehen, wie ihr euch wie ein Berserk auf einen Rostraten gestürzt habt Ich dachte, jemand würde mich auffordern, ihn zu teilen Okay, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer Dann mache ich hier meinen kurzen Cut Also bis gleich Shhh Shhh